Hallo zusammen, mein Name ist Michael Kaiser, ich bin tätig für den Kreissportbund HSK und möchte euch gerne informieren zu dem Bereich Qualifizierung im Sport. Die Qualifizierung im Sport, also die Aus- und Weiterbildung der Übungsleiter und Trainer in den Sportvereinen, ist eine Kernaufgabe des Kreissportbundes. Wir haben dort verschiedene Themenfelder. Die Übungsleiter C-Ausbildung wäre dort zu nennen, die Sporthelferausbildung, Aus- und Fortbildung im Bereich des Kinder- und Jugendsports, im Bereich des Reha-Sports, im Bereich der Prävention, aber auch im Bereich des Vereinsmanagements. Und es gibt auch ausgewählte spezifische Themen. Ihr könnt auch dort gerne als Sportverein ein Thema bei uns anfragen und wir würden das für euch als In-House-Maßnahme organisieren. Zielgruppen sind primär natürlich die Übungsleitungen und die Trainerinnen und Trainer im Sportverein, aber auch Personen aus dem Vorstand oder Funktionäre, Abteilungsleitungen etc. Es kann aber auch grundsätzlich jeder Interessierte an unseren Maßnahmen teilnehmen. Es gibt diverse Formate. In der Regel machen wir Tages- oder Wochenendveranstaltungen, gerne natürlich in Präsenz. Es gibt aber mittlerweile auch viele Online-Seminare oder es gibt Seminare im Bereich des Blended Learnings, sprich der Kombination von Präsenz- oder Online-Lernen. Ihr findet unsere Angebote auf unserer Homepage unter www.rochsauerland-sport.de im Bereich Aus- und Fortbildungen. Dort habt ihr einen Überblick. Dort könnt ihr die Angebote buchen. Bei Rückfragen meldet euch gerne bei uns. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst einmal in einer unserer Schulungsmaßnahmen. Bis bald. Macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim Präsenz- oder Online-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen. Ich hoffe, wir sehen uns beim Präsenz-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen-Lernen